Erst einmal schalten wir hier den Flight Director on und hier die Auto Throttles on und geben unsere V2 Speed von 118 Knoten ein. Dann drehen wir den One Way Heading ein, der ist 81 Grad. Und das machen wir hier auch beim Kurs Selector auf 81 Grad. Das war jetzt unintelligent die falsche Richtung zu drehen. 81. Das machen wir auch noch ganz schnell hier auf der Co-Pilotenseite. Einmal schnell 81 Grad eindrehen. Hoppla. Set. Jetzt drücken wir diese beiden Knöpfe hier im FS Panel und bekommen damit zwei weitere Anzeigen in unserem PFD im Primal Flight Display. Dann schalten wir hier unten nach Belieben unsere Anzeigen auf dem Navigationsdisplay an, zum Beispiel die Airports, unsere Position und die Data, also die Daten der verschiedenen Wegpunkte, wann wir dort ankommen und wie weit es noch entfernt ist. Das machen wir auch für unseren Co-Piloten. Jetzt schalten wir hier noch die Auto-Break auf ATO. Nur nochmal nebenbei, wem das Tutorial hier nicht ausführlich genug oder zu schnell ist, dem empfehle ich die iFly 7B7NG Procedures Tutorials von meinem Kanal. Dort sind die einzelnen Schritte genauer und langsamer erklärt und dann könnte ich auch noch die Technik and System Series ans Herz legen, wo die einzelnen Systeme und die Technik der 737 in einzelnen Videos erklärt wird. Ja, wir gucken mal kurz nach draußen. Ja, wir können die Passagierbrücke, warum auch immer die angedockt ist, wir haben gar keine Passagiere, die können wir jetzt hier mal von AES wegfahren lassen und uns bereit für den Pushback machen. Wir gehen wieder ins virtuelle Cockpit, erstmal das Fenster wieder zu und im Overhead Panel schalten wir jetzt das Anti-Collision Light on. Ab jetzt darf sich niemand mehr in der direkten Umgebung unserer Maschine befinden. Hier schalten wir noch den High Landing Altitude Knopf ein, denn unser Landing Altitude in Stuttgart ist 1250 Fuß und zudem schalten wir jetzt alle Fuel Pumps ein, sowie die elektrische Hydraulik und den Gierdämpfer. Das läuft, das ist gut so. Jetzt checken wir hier nochmal, ob hier wirklich alle Scheinsteine zu sind, die Alternate Flips, das alles in der Normal Position ist, und alles aus, alles aus. das ist korrekt, dann legen wir hier die zwei Blitzschalter in die Endposition Master Caution die Tür wird geschlossen jetzt machen wir noch ein T-Cast System Test also unser Anti-Kollisionssystem, das uns vor anderen Flugzeugen warnt da werden wir jetzt einen kurzen Test hier durchführen Test jetzt sieht man hier, er checkt einmal alles durch T-Cast Test alles in Ordnung dann wechseln wir einmal auf die rechte Seite von unserem Copidoten und gucken hier unten einmal hin wo wir jetzt ein System Test durchführen ja, das läuft der hat jetzt alle Notfallstimmen, die eben eingeblendet werden in den verschiedenen Situationen, wie zum Beispiel wenn Scherwände auftreten wie ein dem Boden zu nahe kommen die hat er jetzt alle einmal abgecheckt und dann sind wir auch jetzt bereit zum Rollen da ich dem Standard-ATC nicht wirklich vertraue gucke ich lieber einmal nochmal nach hinten ob wir da sicher rausgepusht werden können ja, alles klar dann starten wir den Pushback nach links 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 jetzt werden wir hier rausgeschoben aus unserer Position und können wenn uns der freundliche Mitarbeiter am Boden dazu auffordert die Engines starten wir werden zuerst das Triebwerk 2 starten warten wir noch auf die Stimme da ist sie also ins Overhead Panel wichtig die Packs ausschalten denn die gesamte APU Druckluft wird zum Starten der Triebwerke benötigt ausgeschaltet Engine Start Number One wir checken ob wir einen Anstieg der N2 also des Kompressors sehen und bei 21 geben wir Treibstoff dazu indem wir die Fuel Levers in die Idle Position schieben man hört es lauter Triebwerke starten N1 beginnt sich auch zu drehen also der Fan und jetzt ist hier der Starter zurückgesprungen dann legen wir ihn in die Continue Position und schalten Triebwerk 2 ein selbes Verfahren gucken ob der Kompressor anfängt sich zu drehen bei 21% Fuel hinzugeben und gucken ob N1 sich zu drehen beginnt das tut es das sieht alles sehr gut aus die Lens Overhead Panel warten bis dieser Switch hier in die Off Position springt um ihn dann nach rechts in die Continue Stellung zu setzen jetzt schalten wir die Generatoren ein die Packs wieder ein und die APU aus genauso wie die Bleed hier dann schalten wir das Ringlicht ein den Propeed die Anti-Eyes und das Taxi Light jetzt drücken wir hier einmal auf diesen Button und sehen jetzt hier unser Ruder und machen jetzt einen kleinen Check indem wir unseren Joke bewegen einmal nach links hier müssen wir gucken ob das alles sachgemäß funktioniert einmal zu uns ran ziehen wegdrücken funktioniert wunderbar dann stellen wir das wieder auf Engine um und warten jetzt bis wir bereit zum Rollen auf die 08 Left sind eins habe ich noch vergessen wie ich gerade sehe wichtig hier das Altitude auf 5000 Stellen also auf die Transition Altitude Flaps ausfahren auf 5 checken ob das auch wirklich passiert ready for taxi warten jetzt hier noch auf das Zeichen des Commanders des Marschallers wo ist er denn auf die aufz auf die Untertitelung des ZDF, 2020